Fuck yeah! Na, na 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 na. Bau, bau, bau's, bau, bau's. Kommt. Mach mal das Ganze. So, dann einmal ihr beiden. Die kleinen auch noch. Bam. Fick safe. Doppelfeld besser. Und go. Ja, jetzt rennen sie perfekt zusammen. Könnte klappen. Wenn sie jetzt weiter so passend rennen. Waren es jetzt beide, ja? Sicher. Okay. Bei denen ist es so, man müsste sie theoretisch auch runterfallen lassen und dann killen. Aber, man macht es sich einfacher. Quick safe. Und rennt los. Lauf, 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 lauf. Da wir ja viel, viel schneller sind als die kleinen Spastis, können wir das Rad schon vorher drehen. Und, da sparen wir uns die Mühe, die erst zu brutzeln. Na dann. Ciao, Jungs. Haut rein. Das war gerade der Kessel, was wir da auch gesehen haben. Das waren diese fünf Haupt. Schalter für den Kessel, den wir später zerstören müssen. So, quick safe. Was auch genial ist, dass, äh, hier erstmal Steinchen holen. Steinchen. Danke. Und zwar, hier stehen, äh, ja, Steine plus Mine, macht gleich bumm. Heißt also, aus, äh, sicherer Entfernung alles kaboom machen lassen. Aua. Und dann einmal hier die Hegel betätigen. Alles kein Problem. Tür ist offen. So, dann machen wir einmal, einen auf den. Bäm. Gleich zwei weggehauen. Super. Ich überlege gerade, wie muss ich werfen? Passt das so? Nein. Dann machen wir einmal so. Das passt. So, drei haben wir noch. Die schmeißen wir alle weg. Wir nutzen nämlich gleich ein paar neue, weil, äh, dass man sich Steine, ich sag mal, in den nächsten Abschnitt mitnimmt, ist auch nicht gewollt. Oder, die Entwickler denken, dachten halt nicht daran, dass das einige machen können. Oder, dass man das machen kann. Sag mal, nützlich so. Und, wir sehen da wieder die grünen Fläschchen. Heißt also, dass ein Secret in der Nähe ist, was hier unten ist. Bam. Fix safe. Bisschen durch die Tür. Der Brunnen würde uns wieder, würde uns wieder nach oben befördern. So. Da sehen wir nochmal grüne Flaschen. Das ist total gemein, aber das zeige ich euch gleich. Äh, wo kommt denn der Brunnen hin? Äh, wo bringt der uns denn hin? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Au. Ja. Das ist nicht so cool. Da ist keiner. Was ist das hier? Auf. Und zu. Da ist eine Mine. Die sprengen wir mal vorher. Wenn. Komm schon. Bam. Jut, jetzt heißt es, blinde Mudakenfreunde retten. So. Kommt der auch noch. Könnt doch gegen die Mauer rennen lassen, aber machen wir später noch. Komm mit. Komm mal mit hier. Auf die Plattform. Warten. Okay. An die Arbeit. Ich hoffe, du sprichst jetzt nicht mit uns. Ach, hau ab. Okay. So, hier ist immer ein bisschen Konzentration gefreut. Also entschuldigt hier das etwas eingeschränkte Kommentieren. Warte. Warte. Okay. Make her. Okay. Ja, also es gibt echt was da. Nur muss man sich einfach konzentrieren, weil es, ja, es muss einfach. Geht nicht anders. Und tschüss. Bam. Hi. You. Make her. Okay. Passt. Hey. Ich hab doch Warte gesagt. Make her. Komm. Okay. Okay. Dann Spaß die. Tschüss. Ich geh daher. Bam. So gut, alle. So, bevor wir die alle, alle befreien, brauchen wir sie alle. Okay. Wir brauchen sie alle. Das ist ganz wichtig. Bam. 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 So geil. Ihr Klappspaten, ey. Ihr seid schon genial. Ja, äh, das haben sie gut, also das war jetzt das Secret im Secret hier, wo ich grad lang gegangen bin. Das ist das Gute, die stellen sich extra an die Räder. Ich find das sehr gut gemacht. An die Arbeit. Da spart man sich ne Menge, ne Menge, äh, Friemelei. So, ihr kommt immer alle mit. Ihr alle. You. Make her. Okay. All über die Wand. Bam. 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 Und einmal hoch. Und dann einmal alle raus. Blop, 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 Boah, so eine ganze Masse hier. Sieben Stück auf einmal. Zack. Haben wir null entflohen, 45. Passt doch auf jeden Fall. Passt doch auf jeden Fall. Also noch sind wir gut. Also da war auch ein Vorkreis. Wir hätten sie auch dort befreien können, aber hey, warum sollten wir? Dann einmal zurück. Hoppala. Hoppala. Ich könnte das so in den Brunnen, aber man kann in den Brunnen auch so schön reinspringen. Yay. Bäb. Yay. Zack. Click safe. Man weiß ja nie. Aua. Kopf angeschlagen. Nicht gut. So. Habe ich noch sieben Stück. Okay, das reicht. Da auch wieder Ausgang ohne Rückkehr. Wird immer schön angepriesen, dass man auch, ja, alle rettet. Uah. Uah. Es ist total unnötig eigentlich. Es ist total unnötig. Das ist so gut gemacht. Ich feiere das. Ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Hoppala. Bam. Safe. Man weiß nie. Ja, nicht so weit. Ja, wobei. Das geht schon. Na, komm. Keine Steinchen mehr. Holen wir uns hier neue. Äh. Wieder ein neuer Stück. Das ist sehr gut. Das, äh. Boah. Einen Schritt noch näher, dann werde ich mit in die Luft. Also die Minen haben ja auch einen gewissen Explosionsradius. Kann ich nicht von ihr zerstellen? Geht echt nicht. Boah. Ich halt erstmal auf Risiko mache, Alter. Dö, 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 dö. Haben wir noch nie. Noch haben wir keine. Brauchen neue Steinchen. Bäm. Gebt halt her. Danke. Fleischsäge. Ah ne, Knochenmühle. Dasselbe. Ja, das sind hier die Fleischsägen. Knochenmühlen. Die sind gemein. Die werden nachher auch richtig übel und brutal. Also da haben die, da denken die Entwickler, keine Ahnung, dass man ein Skill hat. Nein, 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 nein. Oh Gott. Wo habe ich Quick Save gemacht? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Alter. Das geht ja noch, ey. Oh Mann. Oh Mann, ey. Das geht ja noch. Ich packe es nicht, ey. Das war gerade Fail for the win. Ich habe gedacht, sie bleibt da hinten, also auf der anderen Seite stehen und ich kann mir auch früher sagen. Verdammt. Oh, noch mehr Steine. Juhu. Bäm. Oh, nice. Oh, gleich drei Bomben auf einmal. Das nenne ich Skill. Oh, noch mehr, Alter. Ich habe so einen Skillwurf. Bäm. Wieder. Okay, zwei Stück. Theoretisch gesehen. Nein. Was, Alter? Okay, dann halt so. Treffe ich keine? Schade. Die können mal sehen, was hier so der Punk abgeht. Ah. Nicht viel. Geht schon. Was hier auch ganz cool ist, ist es meiner Meinung nach auch die einzige Stelle, wo ein Kieselstein nach einer Explosion nochmal weiterrollen tun. Und zwar mache ich einmal. So. Oh. Das war falsch geworfen. Egal. So. So. Da, das meine ich. Der Kieselstein rollt noch weiter. Finde ich super. Sieben Stück haben wir noch. Das sollte reichen. Auch hier wieder voll unnötig. Zugemacht. Dicht im Schacht. Schicht im Schacht, meine ich. So, Blinden-Mudaken-Zone. Ja, meine Lieblinge, ey. Der Wahnsinn. Ich lieb sie und so, ne? So, komm mit. Wir selber hätten jetzt in den Brunnen springen können, um hier und nach unten zu kommen. Aber hey, so geht's schneller. Warum nicht? Pff. Keil. Renn halt noch gegen äh, die Wand. Super. Das war halt nur so eine kleine Übung, aber wir haben ja gerade schon eben im Secret die Blinden-Mudakens gesehen, wie sie ticken. Ach ja, das ist, finde ich, ein bisschen doof gemacht, weil ein für ein pissigen Mudaken müssen wir hier total viel machen. Das ist total, total doof gemacht. Aber das Spiel ist trotzdem genial. Erst mal das ausmachen hier, damit der Mudaken hier auch fehlerfrei durchkommt. Big Safe, man weiß ja, boah, ich steh halt auf, Alter, beim Laufen. Wie kann man denn überhaupt aufstehen? Ich weiß gar nicht, wie geht das? Wie kann man manchmal beim Aufstehen, äh, beim Rollen aufstehen? Check's nicht. Muss ich zurückgehen und den kleinen Spasten holen. Tiefe Stimme, genial. Was? Sei nicht so fleißig. Oh, Synchronlauf, genial. Bäh, 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 bäh. Bäh, 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 bäh. Hehe, super, Alter. Synchronrennen. Und das war Stollen 4. Im Stollen nur einer, 47 gerettet, 0 Opfer, 75 im Bergwerk. Passt ja ganz gut, auf jeden Fall. Stellen wir uns ja gar nicht mal so bescheuert an. So, dann einmal erst Mine weg. Bam. Einmal durch. Einmal hoch. Einmal Helo-Wertätige, damit die Dinger aus sind. Ich bin so ein, ich bin, wie gesagt, ich bin der totale Detail-Freak. Also ich achte auf Details. Das ist der Wahnsinn. Und zwar jetzt sind beide Fleischsägen oben und ich kann euch sagen, dass gleich die linke unten ist. Okay, die rechte ist unten, aber ich hatte recht, dass eine unten ist. Keine Ahnung. Sowas bleibt mir im Kopf und das habe ich vor Jahren das letzte Mal gezockt. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich check es nicht. So, dich befreien wir erstmal, sonst kommt der Aufzug nicht hoch. Yay. Können wir noch ein paar Steinchen werfen. Toll. Yay. Was? Ich bin ein sehr, sehr schlechter Schütze, muss ich sagen. Äh, achso. Äh, wie mache ich das? Ja, komm. Ich schleiche immer. Ich habe es mir angewandt, zu schlechen. War als Kind schon immer so. Boom. Was? Oh. Safe. Wir haben keine Steine mehr. Dann mache ich einmal auf. Denn neue Steine holen ist immer gut. Yay. Hoppala. Zehn im Stollen. Was? Zehn? Nein, oder? Hä? Zehn Stück? Laber nicht. Wo sollen die sein? Okay. Komm mit, mein Freund. Wie viel haben wir? Wieder neun Stück. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wasser. Okay. Okay, der Steine ist aber noch nicht vorbei, weil da steht ja nichts mit, mit, mit Rückkehr oder so. Ist hier sicher nichts? Ist hier auch nichts? Nee. Okay. Ja, ich gucke lieber nochmal nach, Leute. Ich habe keinen Bock, echt nachher, weil ich, weil mir, weil ich irgendwie ein kleines nicht gut vergessen habe, dass ich, ja, dass ich nachher echt nicht die 100% habe. Bis jetzt schaut so aus. Bis jetzt habe ich ja alle. Das ist auch keins.